Servus, liebe Traderinnen, liebe Trader. Es ist 11.35 Uhr, helllicht der Tag. Und mein Name ist Christian Schlegel und ich mache jetzt den Dau-Film lange vor seiner Eröffnung. Dazu habe ich mich entschlossen, weil heute geht da wieder ein bisschen was ab. Es ist ja über Nacht einiges passiert. Wir hören nichts mehr von Italien, wir hören nichts mehr vom Iran. Aber in London gibt es ein lustiges Kasperle-Theater und es gibt ein neues Treffen zwischen Amerika und China. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht warten, bis heute Abend 22 Uhr, sondern ich mache den jetzt schon mal im Vorfeld. Der Dau handelt vorwörslich bei 26.590. Da sind wir also etwas unter hier. Und ich finde, das ist ein ganz interessantes Niveau. Ich mache es erstmal ein bisschen von weiter. Von der Dezember-Bewegung haben wir jetzt im Tiefpunkt vor ein paar Tagen mehr oder weniger das 38er gesehen. Da sind wir hier. 38er Fibonacci Retracement. Also von daher ist der Chart auf längere Sicht an und für sich sauber. Das ist okay. Jetzt nehme ich mal die langen raus, damit das nicht stört. Und zoome den Kollegen mal weiter rein. Diese Bewegung hier, das ist schon selten. Vor allem, dass sich das so lange hält hier. Den ganzen August über doch eine erhebliche Volatilität. Wir haben hier die 200-Tage-Linie. Die Bänder sind normal. Also da ist nichts Besonderes. Es gibt auch kein frisches Signal. Aber in diesem Chart ist jetzt nicht die Bewegung von heute, also von den im Moment 26.590 berücksichtigt. Auffallend ist, dass wir von dem letzten Hoch am 15.07. bis zum Tief bei 25.340 kleben wir jetzt vorwörslich hier genau am 61er. Das ist bei 26.612. Das verbindet sich mit dem oberen Band und diesem Gap hier. Also ich bin ja zu eitel für eine Brille. Ich gebe das zu. Ich habe hier keine nennenswerten Gaps mehr gefunden. Das heißt, das ist das letzte große Gap. Und das ist genau bei 26.583, also mehr oder weniger da, wo wir jetzt sind. Es gibt weitere Widerstände. Die kommen hier von Anfang Juli und hier auch nochmal. Das heißt, dieser Bereich um die 26.590 bis 26.620 ist eine doch schon recht prägnante Widerstandszone. Von der Technik her ist es so, das MACD weiß auch nicht momentan, was es will. Aber das ist auch kein Wunder vor dem Hintergrund von dieser Volatilität her. Und die Stochastik gilt als leicht überkauft. Heute, wenn wir so reinkommen mit diesen Kursen, wird die nochmal auf sehr hohem Niveau nach oben drehen. Das heißt, da ist kein Verkaufssignal. Und hier natürlich auch nicht. Von den Bänden her auch nicht, außer dass wir halt hier am Widerstand sind. Ich möchte es mal so formulieren. Ich habe keine Position im Dow. Das ist jetzt mal die Grundaussage. Mir ist es im Moment zu wenig Potenzial nach oben, um da jetzt nochmal frisch long zu gehen. Und es erscheint mir doch zu früh, um von diesem Niveau hier irgendwie short zu gehen. Nochmal ein interessanter Tweet und wir gehen hier durch. Das kann aber genauso gut hier sofort wieder zerstört werden durch solche Kerzen, wie wir sie also in den vergangenen Wochen hatten. Das ist mir momentan einfach zu undurchsichtig. Übrigens dieses 61,8er, das man nebenbei bemerkt im DAX liegt, bei 12.084. Der hat da seine Pflicht erfüllt, siehe den DAX-Film vom letzten Freitag. Für diejenigen von euch, die sich dennoch davon nicht kleinkriegen lassen wollen, und ich bin da eher feige, das gebe ich momentan zu. Wie gesagt, zu wenig Potenzial, aber das Risiko noch nicht absehbar. Ich halte mich raus, völlig raus. Bringe ich euch trotzdem ein paar Scheine mit. Der eine ist dieser hier, 25.933. Damit sind wir unter dieser Kerze hier vom, heute haben wir Donnerstag, vom Dienstag. Da sind wir drunter. Dieser Schein ist nur wirklich gedacht, wenn wir über dieses 61,8er gehen. Wenn dem so sein sollte, und Sie sind mehr so ein bisschen Hardcore-Spekulant, da können Sie natürlich auch einen Schein nehmen, der etwas unter der 26.300 liegt. Aber den nenne ich jetzt hier nicht. Ich kann jetzt im Moment nur diesen hier nennen, das ist ein 25.933er. Und das hat die Kennnummer GB18GB. Das ist ja auch schön. GB18GB. Das ist der Call. Für einen Put suche ich mir eine Basis aus, die muss hier drüber liegen. Und zwar idealerweise, Sie sehen hier die Unterstützung über der 27.100. Und da habe ich den hier gefunden. Ist ein bisschen weiter weg, sehe ich ein 27.161 mit der Kennnummer GA9QFV. Aber hier drunter würde ich den nicht suchen wollen, die Basis. Die muss hinter dieser ehemaligen Unterstützung, die jetzt sein Widerstand ist, liegen. Ich halte mich raus. Die müssen sich jetzt hier mal ein bisschen austoben. Aber da muss ich nicht mitmachen. Geduld ist eine der Tugenden, die man mitbringen muss an der Börse. Und da lehne ich mich mal zurück und lasse die Jungs hier spielen. Ich wünsche euch was. Happy Trading. Fette Beute. Bye, bye. 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 Vielen Dank.